So Leute, jetzt sind wir wieder auf Sendung. Entschuldigt den abrupten Abbruch des letzten Videos. Da wurde ich gestört und musste das Ganze schnell abbrechen. Ihr habt es ja mitgekriegt am Ende. Erstmal trinken. Ja, und insofern werden wir jetzt weitermachen mit dem Feuersiegel. Nachdem... Oh, stimmt. Ich bin doch so hohl. Ich bin so hohl, Leute. Warum ist die Zeit da? Warum? Table denkt Zeitspiel, aber nein. So, jetzt. Okay. Man darf nicht auf die Lava. Und... Wie war denn das? Irgendeiner von den bescheuerten Steinen... ...ist hochgefahren. Hallo? Wieso tut er das nicht? Scheiße! Ich will doch nur... Ja? Warum? Hallo? Vielleicht mit denen? Ich will den... Stein haben. Der kann doch nicht springen, der Link. Ja, toll. Ja, Mann. Wie ging denn das? 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 Bin gerade am überlegen, Leute. Ich weiß es echt nicht mehr. Hallo? Hallo? Was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben folgende Möglichkeiten... Äh, Leute. Ich labere nur Scheiße hier. Ich labere nur Scheiße. 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 Ja. Wie soll das gehen? Nein. Der kann weder rückwärtssalto noch sonst irgendwas. Wir sind doch in dem Stein drinnen. Wie soll man den denn bekommen? Okay. Dann eben nicht. Okay. Dann kann uns das Ganze mal... blöde... blödisch. Ja. Keiner von den blöden Steinen noch geht hoch. Dann machen wir es. Na! Jetzt ist es doch zum Kotzen. Ich habe keinen Bock mehr. Leute, mich das aufregt. Mich das aufregt gerade. Ich glaube da gar nicht. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie man den hier kriegen soll. Ja, wieder Fail. Ey! Okay. Safe. Jetzt reicht es. Wow! Wieso so hoch? Wie kriegt man den da oben? Ey, ich weiß das nicht mehr. Das ist scheiße. Ich meine, der war total easy. Der war total einfach da oben. Aber ich weiß nicht mehr, wie. Wie um Himmels Willen habe ich das Ding geholt? Naja. Ich werde es bestimmt noch rauskriegen. Wollen wir uns jetzt erst mal um die Typen kümmern, die mich, als ich es das erste Mal gespielt habe, ziemlich aufgeregt haben. Weil als ich auf diese Plattform wollte, die Viecher mich jedes Mal penetrant, wie sie sind, runtergeschmissen haben. Und man so nicht in Ruhe diesen Block entfernen konnte. Den wir nämlich hochheben müssen! Und schmeiß ihn weg, Link! Flatsch! Bam! Damit wir den da hinten kriegen! So, dann haben wir hier noch einen, den wir gerne hätten. So! Naja, hätte ich mir denken können. So, save! Da oben! Wäpp! Boah! Wuhu! Das war mehr oder weniger schon irgendwo knapp. Okay. Einmal hier. Einmal da. Naja, okay. Wie man den macht, gucken wir uns dann auch später an. Boah, Leute. Was wäre ich ohne, ohne den bescheuerten Save, wäre ich gar nichts, glaube ich. Und. Ja. Bam. Okay. Und. Block Nummer zwei in diesem Siegel. Schießen wir. Dahin. Erbringt er uns nichts. Ja, ähm. Das Einzige, was uns dann noch fehlt, ist der da hinten. Und da weiß der Table, Leute. Da weiß ich, wie man da dran kommt. Glaube ich zumindest. Also, ich hoffe zu wissen, dass man, wie man da dran kommt. Und, ähm. Ja, mein Problem ist, was macht man hier? Wir stehen in dem Ding drin und es, ähm, geht nicht. Warum nicht? Ja. Ganz ehrlich, Leute. Was soll man da machen? Ich, ich weiß es nicht. Wir, wir haben den doch. Wir berühren den doch. Der hat keine Stöckelschuhe. Wir haben keine Absatzdinger. Absätze. Schuhe mit Absätze. Gib es hier nicht. Da kommen wir nicht hoch. Auge der Wahrheit wird uns da auch nicht weiterbringen, glaube ich. Aber probieren wir es mal aus. Ja, nö. Bringt es gar nichts hier. Ja, toll. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Weiß nicht, wie es weitergeht. Was soll das denn? Warum denn? Was wollen die denn von mir? Ja, gar ein Schloss. Da bin ich drin. Da müssen wir hin. Da bin ich drin. Was soll das denn? Ich verstehe das nicht, Leute. Wie zum Teufel sollen wir da hochkommen? Das geht nicht. Also, wir sind ja oben. Aber ihr wisst schon. Das geht nicht. Und ich bring den Link jetzt um, weil er scheiße ist. Ich bock den jetzt einfach zu töten, Leute. Sorry, aber der muss, der muss jetzt. Einmal muss er leiden. Einmal muss er leiden. Er muss einmal leiden. Ich weiß gerade nicht, wie das geht. Und wenn ich jetzt auf Save drücke, dann ärgere ich mich ohne Ende. So, und ein letztes Mal noch hier. Tschüss, Link. Okay. So, wollen wir uns jetzt wieder mit voller Aufmerksamkeit dem Problem widmen. Wie soll das jetzt funktionieren? Wie soll das funktionieren? Wie? Was zum Teufel? Wie soll denn das gehen? Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab auch keine beschützenden Items mehr, womit das gehen könnte. Ach, sorry für die Wortwahl, Leute. Aber das regt mich gerade echt auf. Womit soll man das denn hier machen? Werfe ich eine Dekonuss dahin? Kommt höchstens schick. Eine Bombe, bombe ich mich selber weg. Eine Krabbelmine krabbelt da rum. Da bin ich auch weg. Ja, mit der Hymne der Zeit kommen wir hier auch nicht weiter. Das Auge der Wahrheit kann man auch vergessen. Ente hacken gibt's nix. Wenn ich den Rubin mit dem Pfeil durchschieß, dann kann ich höchstens in der Schießbude gewinnen, aber sonst auch nix. Ja, verrosteter Schalter gibt's da auch nicht. Und Treffen mit dem Hammer lässt der Rubin auch Schrott. Was soll ich mit Feuer oder Licht fallen? Das kann man auch vergessen. Das Feuerinferno bringt in der Lava nix. Und Nairos Umarme, um uns zu schützen, kann man auch vergessen. Einziges, was man machen kann, ist das Ding in der Flasche mitnehmen. Und das probieren wir jetzt. Als letztes Ding für den Part probieren wir jetzt den Rubin in der Flasche mitzunehmen. Und es klappt nicht. Und deswegen sage ich in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir wollen dann weitermachen. Und dann werde ich auch herausfinden, wie man das macht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer TT Gamer.